Vielen Dank, Freunde. Ich möchte uns gleich zu Beginn bedanken, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Das bedanken wir ganz speziell unseren Freunden von der Freiberger Brauerei, die uns heute hier eingeladen haben. Das ist mal ein großer Applaus, oder? Freiberger, das ist ja eine Brauerei, die haben ein eigenes Brauhaus. Die anderen, die müssen ja hiermit in der Oper, aber wenn frei ist, brauen die ja. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Freiberger hat ja ein eigenes. Jedenfalls möchten wir uns bedanken, auch für die tolle Vorbereitung, ganz tolle Bedingung hier, herrliche Kulisse, war ein Riesenaufwand, die Bühne, die alten Gebäude drumherum bauen, ein Wahnsinn. So was haben wir in Leibniz nicht, das muss ich sagen. Wir wollen den ganzen Huldigen mit einem schönen Song von Setschmonuja und Sturm, What a Wonderful World. Das ist ja eine Brauerei, die wir in Leibniz nicht mehr so gut waren. So ist ja eine Brauerei, die wir in Leibniz nicht mehr so gut sind. Aber dann kann man leidig sein, wenn man die Bühne mit ihnen so gut schlief. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 They call me something waiting for, so pretty, isn't it? I know so I'm amazing, from here they're drawing fun. I think they're singing, singing, I'll be me. Here we sing, I love you. I'm amazing, from here I want you to know. Maybe there's much more than I've never thought. And I think to myself, I want you to know. I want you to know. Something to myself. I want you to know. I want you to know. I want you to know. Thank you so much. You know, my love is my name. You know, I want you to know. I want you to know. I want you to know, the other people. I want you to know. so nochmal hochleben lassen. Wir schreiben das Jahr 2020.